In diesem Video geht es um Karl Renner. Ich erkläre dir, wer das war und warum er für seine Zeit sehr wichtig war. Karl Renner wurde 1870 in Untertanowicz in der heutigen Tschechischen Republik geboren. Er war das vierte von 18 Kindern einer armen Familie. Trotz seiner einfachen Herkunft schaffte es Renner, an der Universität Wien Jura zu studieren. Nach dem Studium begann Karl Renner seine Karriere als Bibliothekar. Er trat aber bald in die Sozialdemokratische Partei ein und wurde ein wichtiger politischer Theoretiker. Im Ersten Weltkrieg unterstützte er die Idee eines vereinten Österreich-Ungarns. Am Ende des Ersten Weltkriegs war das Habsburger Reich zerfallen. Renner wurde der erste Kanzler der neu gegründeten Republik Deutsch-Österreich. Er arbeitete an der Verfassung und versuchte, das Land zu stabilisieren. Im Jahr 1919 war Renner Teil der österreichischen Delegation beim Friedensvertrag von Saint-Germain. Er unterzeichnete den Vertrag, obwohl er den Verlust von Gebieten und die Abrüstung Österreichs akzeptieren musste. Während der Zwischenkriegszeit zog sich Renner aus der aktiven Politik zurück. Er konzentrierte sich auf seine schriftstellerische Tätigkeit und entwickelte seine politischen Theorien weiter. Er trat aber 1931 wieder in die Politik ein, um gegen den aufkommenden Nationalsozialismus zu kämpfen. Während des Zweiten Weltkriegs lebte Renner in Wien. Obwohl er die nationalsozialistische Besatzung ablehnte, blieb er politisch eher unauffällig. Er hielt Kontakt zu Widerstandsgruppen, aber vermied es, sich selbst in Gefahr zu bringen. Nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs wurde Renner zum Präsidenten der provisorischen Regierung ernannt. Er spielte eine entscheidende Rolle beim Wiederaufbau Österreichs und beim Abschluss des Staatsvertrags von 1955, der die Unabhängigkeit Österreichs wiederherstellte. Karl Renner war ein Vertreter des Austromarxismus. Er glaubte an eine Kombination aus Sozialismus und Demokratie und prägte den Begriff Volksgemeinschaft. Renner war auch ein wichtiger Theoretiker der Nationalitätenfrage. Karl Renner starb am 31. Dezember 1950. Er wird als einer der Gründerväter der österreichischen Republik angesehen. Seine politischen Theorien und sein Einsatz für Demokratie und soziale Gerechtigkeit haben bis heute Einfluss auf die österreichische Politik. Er wird als eine der Gründerväter der österreichischen Republik angesehen.